Nach der Uni ging das Lernen bei mir erst so richtig los. Als Trainee verstehe ich in kurzer Zeit, was in den vier Buchstaben Bank wirklich steckt. 15 Monate, 5 Stationen, 360 Grad, Innovation und Remedeming. Und meine Oma so, der Junge arbeitet jetzt am Schalter. Und meine Jungs so, der zockt jetzt an der Börse. Nee, hier geht es um die Bank der Zukunft, Digitalisierung und das Geld von morgen. Wir sind viele, aber noch nicht genug. Wir sind im Wettbewerb aber ein Team. Wir sind kein Startup, aber trotzdem in Berlin. Nach der Orientierung kommt die Perspektive. Sie wird schon jetzt geschärft. Mit jeder Aufgabe, jeder Mate, jedem Müsli und jedem O-Saft. Meine Challenge ist nicht die Stechuhr, sondern der Status Quo. Das verbindet mich, denn ich bin einer von 3300. Das ist meine DKB. Entdecke deine.